Das ist ja ein guter Segen für uns, den haben wir akkadiert und ja, ein Rüschel. Was ist denn da? Der Taliban? Nee, was ist denn da? Ist der nicht gut aus? Berge, Wälder, alles was man da halt durch so ein System kriegt. Alter. Bestens gefallen mit drei noch. Ich hab keinen Bock da, aber auch bitte auch dafür, was nicht gut ist. Liegt da auch Schnee hinterher, so wie hier überall. Also, wie ihr es schwer sehen könnt, fahren wir dazu. Wir haben richtig schöne Tickets erwischt. Bei Ebay macht's möglich. 2,50 Euro mit der Traliban nach Haikutaya. Sitten wir mal gleich, wie lange was braucht. Ich schätze mal, ohne Vorkommnis im Erdenwagen, Berge circa in zwei Stunden erreichen. Das wollte nicht mehr, was wir da tun. Es war mehr, die gehen aus schieren. Die beiden, das war ja noch. Nes baute in diesem Jahr haben wir amusing. Der Kommentare kam Untertitelung des ZDF, 2020 Einmal So Leute, nochmal zur Verständigung, damit ihr euch nicht wundert, ich habe natürlich vor meinem Urlaub hier in Thailand Thai gelernt, ich meine, von daher werde ich ab jetzt auch noch Thai sprechen. Jetzt zu der Saar, ich Found. Das ist so schön. Es geht um, es geht um, es geht um. So, wir fahren dann jetzt mit der Taliban nach Buda Bay, trinken dann schön Buda Libre und dann gucken wir mal, was da noch so geht. Ja, ich hoffe, er schmeckt. Ich habe ja vieles gehört von den berühmten Buda Libre und Buda Bay hat ja auch was für sich. Das ist wie in Deutschland, nur ein bisschen wärmer. Der Zug kommt zu spät. Na ja, du kennst ja nicht, was man da warnt. So, ich übersetze euch das Ganze mal, weil ihr wisst, ich habe ja auch natürlich thailändisch gelernt. Aiyung, Bojong, Me, Hong, Me, Hong, Ah, Shangdu. Heißt so viel, ja, der Bahnhof von Thailand in Bangkok mit der Taliban zur Buda Bay, ganz genau. Da wisst ihr jetzt mehr. Und die Taliban hat Verspätung. Kann es auch anders sein. Wahrnehmung. Eine Stunde überfällig. Aiyung, 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 aiyung. Anni. Eine Stunde überfällig. Böden. Böden. okay. Ja, 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 ja. 10.15 Uhr 7.15 Uhr 8.15 Uhr 7.15 Uhr 8.15 Uhr 8.15 Uhr Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Karte ist in der Nähe des Karte. Wir haben die Reichtheiten auch für einen ordentlichen Bruderlin mal gewonnen. Oh, das wird aber knapp. Ja. Ich denke mal, wollen die Rückfahrt davon noch bezahlen? Ja, wir müssen auch mal schickliche Warnschaften, dann geht das schon. Ein bisschen blonte, ein bisschen was Besonderes hier. Die Teile und die Abadwände schon. Das ist auch wichtig. Und dann geht das für ihn. Hier ist es ein ganzes Fahrt. Da geht es nicht. Und dann geht es nicht. Ja, wer war das? Ja, wer war das? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, die ersten Springer kommen schon. Hallo. Sie wollen sehen, ich habe in dem Tempo. Wir haben ihn in dem Tempo. Bananski. Bananski, schön Bananski. Ja. So. Komm, sag mal was Lustiges. Ich weiß nicht. Ah, Bild. Wird mal noch eine Bildzeitung fragen. Oder nach der Praline. Ja, Basti. Du bist schuld daran, dass wir jetzt hier sind. Du wolltest das unbedingt sehen. Wobei, das sind ja alles total die geilen Sachen. Und ja, du sollst vernünftige Fröhrechen machen. Wir brauchen ein Dörfleisch essen. Wir können auch noch ein Liebchen drauf. Das ist aber ganz normal so ein Teil. Du kannst im Grunde alles essen hier. Tiere, keine Probleme. Du kriegst alles. Angefangen von Kätzchen, Rippchen. Und, ähm, ja. So, warte. Warte, warte, warte. Ja, kommst du. Du sollst dich mit den Hunden sitzen. Da wird dein Tier verlaufen. Na? Ja. Guck mal, der winkt. Das ist ein alter Freund von dir bestimmt. Ja. Der hat gerade so gewunken. Das ist doch mein Kollege hier. Ah, der kennst du. Ja, genau. Hi. Ja, der ist doch richtig nett. Ja, guck mal. 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 Ja, du wolltest um das Essen schön lecker gehen. Und ja, mal gucken, was hier alles so zu bieten ist. Was? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ach, das geht alles. Guck mal. 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 Musik Hier kommt, wer mitfahren will Okay Okay Einsteigen, kein Geduld, einsteigen Dann nach Bangkok Ah, ist das schön hier Ah 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 So freundlich sind die Thailänder hier wollen kein Geld haben Aber gut machen wir uns halt in Bund hier, wa warte 20 Watt mein Gott Du willst oben bezahlen sagt er Jaaaah! Hahaha! Dann ist wahrscheinlich irgendeine Masche, ja, dass ich sie gleich über Böden abkomme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, wer bringt dir Glück? Jetzt ab! Ah! Oh! Ah, mein Gott! Ja, ach nee, Bauschutt! Du hast die alte Frette, du hast alles so runtergekommen! Ja? Meine Frette! Die haben die letzten Jahre nichts gemacht! Samt bezahlte Geld! Richtig viel! Ich gucke uns die Scheiße mal ein bisschen mehr an! Ich bin ja am Schwitzen! Alles schlecht klimatisiert hier! Ich dachte, er offene Tür hier! Ah ja, also ich weiß nicht! Irgendwie ist das alles ein bisschen runtergekommen! Ja! Fört mal an! Wir können hier nicht mal Dauer machen oder was? Wir legen die Bücher auf dem Boden! Ich gucke mal an! Ich gucke mal an! Ich gucke mal an! Wenn man hierher kommt! Ah, voll krass! Alles gläubig! Alles gläubig! Ja, Joa! Ah! Bruder ist da. Komm schnell. Bruder. Bruder. Schlau Leute. Geh dir zum Bruder. Ja. Das waren die Burmesen. Der Basti war das. Und Gotti? Wo halten wir jetzt von auf der Flotte? Guck dir genau an. Wo würd ich gehen. Wo müssen Sie drauf? Ach. Bruder. 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 Ein bisschen Posing hier. Geil. Ja. Kitz mir, Baby. Mach mal mal ein paar Putz hier. Geil. Ja. Ein bisschen fett geworden. Das liegt aber in Thailand. Das ist ein Big Bruder. Reichen. Ja sowas. So Tücher, kostbare Tücher und sowas rum. Das ist ein echtes Gold. Das werden wir hier noch verarscht. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Gut, er fällt fast um da vorne. Guck mal, wie schief das ist. Ja. Hier hätte man unter Pisa fahren können, glaube ich. Wenn man welche schiefe Türme sehen hätte. Ja. Bruder. Ja. Ja. Ich habe eine kleine Mauer gefühlt. Ist das? Komm. Mann, zusammenfühlt euch hin. Ah! Warte, ich komme runter. Das ist aber sehr steil hier. Auf, auf. Ein Häuschen. Das war die Buddha-Hundehütte. Kann sein, ja. Über die Buddha-Hütte. Ja, die Buddha-Hütte. Kann sein, ja. Über die Buddha-Hütte. Das dauert halt nur, ja. Ja Gott, die Elefanten wollen auch mehr und Spaß haben. Ja. 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 Sag ihm, was du willst. Kannst du mal ein bisschen von den Schulmädchen erzählen, vom Chinesischen? Wir machen hier gerade eine Reportage. Schulmädchen geboren, die dritte. Genau. Am Kopfstand. Entste. helemaal. Schrevenciaaf. voc Eurolybunnen. Gut. Nichts先生. Wir machen da andere. Für tweeted, L бы. Sie hat ja mal auf claymien. Ja, habnert euch alle dieели. Pulso weg. Oh, wir stehen hier natürlich vor einem mächtig großen Problem, wir sind hier am Bahnhof von Atollia. Mein guter Kollege hat mich hier so richtig abgezockt und bleibt natürlich nur noch das Geld für die 3. Klasse übrig. Oder was ist da erwartet? Ich hab keine Ahnung. Aber ich denke, das wird schön werden, ne? Denke ich nämlich auch. Du hast jetzt mein ganzes Geld und ich hab nur noch Geld dafür. Ja. Aber wo kriegen das hin? Sehr schön. I like it. Thank you very much. Okay, thank you very much. Unlaki. Unlaki. Yes? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Ich mach ihn. 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 Aber sie lassen uns was eingebrochen, ne? Lassen Sie den Kuhn hin anlachen und dann, wenn man keine Kräuter mehr ist, wenn du mit der 3. Klasse zurückfahren willst. Doch, das machst du irgendwie wieder gut. Ja, wollen wir dazu den Herrn Gruffer aufbinden? Das ist nämlich zusammengewalt, wenn wir stillschweigen, Bruder. Wir sind hier. Und dann... Ja. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Klappen, richtig klasse, ne? So. Ich bin da. Okay. Wir sind da. Ja. Wir sind da. Jo. Das geht halt so. Wo ist es? Ja. 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 Du kannst ja mal rausfragen. Boah. Boah. Ja. 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 Ja, ja. 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 So, nach Stunden der Qualen, Jahrhundert, Jahre alt, Bauschutt, wen wir hinter uns gelassen haben. Wir müssen mal gucken, ob wir zufrieden zeigen, dass Leute was am Bad übel gelassen haben, damit sie uns noch was zu essen holen können hier in Bangkok. Ich kann sagen, ja, es ist ein Erfahrungswert. Es ist ein Erfahrungswert. Wir haben noch ein bisschen Kleingeld. Das war's. Danke. Komm mal rein.